Hallo liebe Monagoristen. Schönen guten Tag. Schönen guten Tag auch von mir. Wir zwei haben euch heute mitgebracht von Toni Mara. Eine Laufhose für den Winter, die eine sogenannte Wintertide. Material ist welches? Wir haben Polyamid drin, Polypropylen und Elastan. Einen hohen Anteil von 15 Prozent sogar, damit das gut stretcht. Genau, damit die Hose sich sehr schön anpasst an den Körper. Ist eine richtig klassische Winterlaufhose, also auch mit den Eigenschaften, die eine solche Hose haben muss. Atmungsaktiv, Feuchtigkeitsregulieren, Geruchshemmend, selbstverständlich wärmend natürlich. Und das Schöne ist, dass die ganzen Artikel von Toni Mara ja nachhaltig produziert wurden. Und zwar in Deutschland. In Deutschland fair und nachhaltig produziert. Genau, und wenn du das sagst, stehe ich einfach mal auf. Wir haben hier nämlich gerade mal ein wunderbares Modell. Dass man auch mal so sehen kann, wie das Ganze sitzt. Wie die denn eigentlich auch so sitzt und wie schön die sich auch wirklich anschmiegt. Und ganz wichtig, dreh dich noch mal rum. Das Nehmet Pop ist nach vorne. Ja, nach vorne. Wir haben hier nämlich, wenn ich das gerade mal zeigen darf, wir haben hier den Verschluss zum Regulieren vom Bündchen. Und hinten haben wir noch eine Tasche für alle wichtigen Sachen. Schlüssel rein und so weiter. Alles, was man so nötigerweise dann doch beim Laufen noch braucht. Eine wunderbare Tasche. Genau. Sehr schöne, sehr praktische Laufhose. Die wird mir viel Freude machen. Und euch bestimmt auch. Bis bald. Macht's gut. Tschüss.